Ich bin der Adrian, er, und identifiziere mich als Transmann. Wie haben deine FreundInnen reagiert? Ja, wie gesagt, also die meisten, für die war das komplett easy. Da hat sich keiner drüber irgendwie beschwert oder mich deswegen fallen gelassen. Also alle um mich rum haben eigentlich das eher begrüßt, diesen Schritt, dass ich das mache. Viele waren halt total neugierig, klar, weil die gar keine Ahnung hatten, was das jetzt heißt und was dann passiert. Und ich fand das mega spannend, wie sich dann alles auch nach und nach verändert hat, stimmlich und irgendwie Bartwuchs und was halt dann alles so passiert. Also es war niemand dabei, der mich deswegen jetzt verlassen hat oder der mich irgendwie gemobbt hätte, rundum. Also egal, wer das war, Freunde, die ich länger nicht gesehen habe, Freunde, die immer um mich rum waren, da habe ich bis heute keine einzige Person, die mich deswegen abgelehnt hat. Also da waren alle ganz entspannt mit. Wie hast du deine Schulzeit in Bezug auf deine Identität erlebt? Hm, naja gut, also ich habe ja lange, während meiner Schulzeit wusste ich ja eigentlich gar nicht, dass ich trans bin. In der Schulzeit war es einfach ätzend so. Also ich war nicht das Bild eines Mädchens und ich hatte auch nicht das Bild erfüllt eines Jungen, klar. So wie gesagt, ich war halt irgendwas für die wahrscheinlich, für mich ja auch. Also ich glaube, das strahlt man ja auch ein bisschen so aus, ob man bei sich ist und sicher ist oder nicht. Und ob man sich wohl fühlt oder nicht. Und deswegen habe ich mich immer, ich war halt immer ein bisschen außenseitermäßig unterwegs. Also bei den Jungs habe ich mich schon wohl gefühlt, aber irgendwie habe ich für die auch nicht ganz gepasst. Bei den Mädels, ja, hat es irgendwie auch nicht so ganz gepasst. Also die Interessen und alles so, was damals halt abging, in der Pubertät zum Beispiel, das konnte ich überhaupt nicht teilen. Also es war gar nicht meins. Deswegen war ich immer so verloren eigentlich. Und die Schulzeit war halt einfach, ja, ich meine junge Menschen oder ganz junge Menschen, die sind halt wirklich sehr direkt. Und die sind auch wirklich, also sie stellen teilweise Fragen. Wie wird sich ein Erwachsener vielleicht gar nicht trauen, jemanden zu fragen? Und da habe ich schon viele doofe Fragen bekommen. Was bist du jetzt eigentlich? Oder man wurde ausgelacht, man wurde von der Toilette rausgeschmissen. Man musste sich ständig rechtfertigen. Also man war halt immer so das Objekt, ja. Alle wollten wissen, was ist man eigentlich? Und man hat nirgends reingepasst und man hat sich halt immer irgendwie fremd gefühlt. Und im Sportunterricht zum Beispiel, das war für mich einfach immer schlimm. Also bei uns war auch Jungs-Mädels-Sport getrennt. Die Mädels haben immer nur Bändertanz gemacht oder so. Ich habe aber schon immer gern zum Beispiel Fußball gespielt. Ich durfte dann halt kein Fußball spielen. Das fand ich unfassbar schlimm, ja. Also es war für mich die schlimmste Zeit. Oder wir hatten Schwimmunterricht. Und bei mir war halt einfach das Thema Schwimmen sowieso immer, naja, kritisch. Weil ich sowieso mit meinem Körper einfach nicht im Reinen war. Also für mich war das das Schlimmste, weibliche Attribute in meinem Körper zu sehen. Und dann halt schwimmen zu gehen und das irgendwie so auch noch da so öffentlich darzustellen. Öffentliche Duschen und so. Also ich war ständig, hatte ich einen Attest, weil ich Chlorallergien hatte. Und war halt krank und dass ich keinen Sport mitmachen muss. Und später fand ich das dann richtig cool, als so ab der 11. Klasse Sportleistungskurs und so. Alle zusammen kamen wieder. Und dann konnte ich halt endlich auch mit den Jungs und so. Und dann wurde halt einfach, man konnte ja wählen, Fußball, Leichtathletik, was einem dann halt einfach passt. Und das fand ich dann in Ordnung, weil ich dann gedacht habe, cool, ich kann einfach wählen, was mir Spaß macht. Und muss nicht dieses Ding machen, was jetzt irgendwie alle erwarten, was beim Mädchensport halt so stattfindet. Und also die Schulzeit war, glaube ich, so, was das Nervliche angeht und dieses Rechtfertigen und auch gemobbt zu werden, ganz klar. Also ich wurde auch beschimpft als Mann, Swipe, Twitter, was weiß ich. War einfach die heftigste Zeit in meinem Leben. Also das war furchtbar. Das war super anstrengend und teilweise auch echt so, dass ich gesagt habe, ich habe einfach keinen Bock mehr. Also warum muss ich mich ständig rechtfertigen?